Seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu The Evil Within 2, Vers 23. Und ich bin hier bei einem Kollegen... Wo ist er denn? Da? Da habe ich jetzt... Also, gehen wir mal raus. Ich habe jetzt meine bisherigen Videos Kapitel 6 genannt. Ja, weil ich dachte, man muss hier erst... Wir sind hier in diesem Gebiet. Also, wir sind hier aus das Mark, also aus dem Untergrund-Tunnelsystem rausgekommen und hätten dann da hin müssen für die Hauptstory. Das geht ein bisschen. Die Jagd ist eröffnet, untersuche ich das Theater. Und ich dachte, dann kommt man woanders hin und habe da ja schnell das hier alles untersucht. Aber anscheinend ist es andersrum. Man muss zuerst da hingehen und dann ist das Kapitel 7 ab da. Und dann muss man das untersuchen quasi. Ja, also ich habe jetzt hier schon alles untersucht, mehr oder weniger. Und hätte aber Geichter. Und dann heißt es aber Kapitel 7 ein Auge für die Kunst wahrscheinlich, oder? Also jetzt ist es noch Kapitel... Untersuche ich das Theater. Und dann kommt Kapitel 7 ein Auge für die Kunst. Dann ist man anscheinend wahrscheinlich immer noch hier. Weil da kommt jetzt das... Ich habe hier zwei komische Bilder entdeckt. Das ist jetzt dann das siebte. Oder? Ist ja wurscht jetzt. Und habe auch schon die Nebenmission hier den Kollegen gerettet. Das wäre wahrscheinlich erst... Ja, jetzt gehen wir mal da hin. Achtung, nicht durch das Ding. Nicht da hingehen. Ich bin vorhin schon mal hingegangen. Also jetzt starten wir das mal an hier. Die Mission. Da und dann ist es das siebte Kapitel dann, oder? Und hier sind auch einige Leichenschlüssel. Die sind echt fies. Einer war zum Beispiel da hinten. Hier hinten hinter dem Ding. Da war einer, glaube ich. Also ich habe auf meiner Homepage, laraweb.de, habe ich eine Seite über dieses Spiel hier. Und da steht... Stehen auch meine... Ist meine Playlist drin. Und genau, da müssen wir jetzt hin. Und da habe ich auch nützliche Links zu Lösungen. Und auch zum Beispiel zu dem Video... Oh, Mensch, das ist laut hier. Zu dem Video, wo alle Leichenschlüssel sind zum Beispiel, ist auch ein Link. Da habe ich das jetzt gemacht. Jetzt müssen wir da reingehen, oder? Genau, wir müssen die zwei Bilder finden. Die habe ich schon gefunden. Müssen wir jetzt da reingehen, oder? Ah, da, ja, genau. Anstarten, anflanschen. Genau. Ja, eben. Ja, seid ihr da mal nicht so sicher, Kollege. Ja, und jetzt? Ach so. Jetzt komm rein. Da oben ist der UFO. Alien. Veritas steht da. Oh, oh, oh. Ah, ja. Hoffmann. Äh, jetzt ist Kapitel, siehst du, jetzt ist Kapitel 7, siehst du, und wir sind aber immer noch da. Äh, wer ist denn, ganz? Genau. Muss ich jetzt erfassen. Genau. Die zwei Bilder muss ich... Hier kommen wir nicht rein, gell. Ich muss jetzt die zwei Bilder finden, beziehungsweise ich hab's schon gefunden. Eins war da drin und eins war da drin. Da ist nix drin, gell, oder? Waren wir da schon? Ah ja, genau. Da hinten ist meine Bude, da hinten ist nix mehr, gell. Äh, da im Gebüsch ist dann noch, sind da noch Wertgegenstände. Eine Errungenschaft ist ja, äh, zehn Gegner tottrampeln, die im Gebüsch hocken. Da, das ist witzig, da ist keiner witzig. Ja, nee, da waren wir schon. Da sind wir rausgekommen. Ähm, da oben war eine Kiste. Gut, jetzt gehen wir mal zu den zwei Bildern. Den Rest haben wir schon, habe ich schon videomäßig dokumentiert. Da ist nix drin. Hm, Sons of Liberty, Credit Union, ja. Ja, nee, die Söhne der Freiheit. Ich krieg's, Achtung bei den Leichenhaufen, ist manchmal auch was drin. Nee, hier nicht. Da nicht durchgehen. Klettern, oder was war das wieder? Kann man jetzt durch den Gebüsch durchgehen? Schon, oder was blinken noch? Nee, da liegt keiner drin. Ach, das ist die Lampe. Gut, jetzt müssen wir in das eine Hotel gehen. Den Rest habe ich schon gemacht. Da war die Nebenmission mit unserem Kollegen. Da oben, das Rote, da ist Basis. Man lernt's ja langsam auswendig, was hier los ist. Also, normalerweise hat man so, da blinkt's noch. Ha, hallo? Ach so, der hat voll, komm, hab ich den, da blinkt's, naja, Munition voll. Ist der auf der Karte? Nee, wieso? Schatten der, ja, aber ich hab voll. Also, da in dem Kino, äh, in dem Hotel am Ende der Straße. Normalerweise beim Spiel so nach zwei, drei Stunden hat man nach vier Stunden, sag ich mal, nach fünf Stunden Spielzeit hat man's raus, wie die Funktionen, also die Spielmechanik und Fähigkeitssystem, kommt da hin, ach so, das ist das Ding, hat man eigentlich relativ schnell raus, ähm, also, nach bestimmter Zeit raus. Jetzt hat, hat man's hier, hab ich's hier doch schon, schön langsam, ziemlich raus hier. Wo ist denn das Dreckshotel? Äh, steht direkt davor. Da oben, genau. Muss ich jetzt nochmal, nee, brauch nicht nochmal, ich weiß ja, wo's ist, ich war schon da. Ja, jetzt hauen wir aber gerade extra, da ist ein Geldauto, Getränkeautomat, da hau ich jetzt extra nochmal drauf, oder? Komm jetzt da noch gegen, ja? Da waren gleich zwei Stück. Ne, da haben wir schon drauf. Ah, genau, da kam die Hand raus, unter anderem. Da hatten wir auch schon, da kann man immer dreimal draufhauen. Ist aber nicht gesagt, dass auch dreimal was Gutes rauskommt. Und, da waren wir schon, das haben wir schon. Und oben ist das Bild, und das müssen wir jetzt kaputt machen, glaube ich. Jetzt kann man's kaputt machen, oder? Da ist jetzt das Bild, komm her. Kann ja nochmal, ach so, jetzt ist mein Geigerzähler, geht nicht. Da ist er, das ist er. Kann man da rein? Nein. Und das ist jetzt, komm, das Drecksbild. Das ist also seine Kunst? Genau. Das ist nur ein Foto. Da war ich schon. Untersuchen. Ach so, jetzt muss ich sie untersuchen. Ging vorher nicht, da muss man erst die Mission anflanschen. Hoppla. Sag mal. Oh nee. Jetzt bin ich wieder in der Drecks... Ding drin. Oh nee, bitte. Jetzt kommt die blöde Kuh wieder. Jetzt warte. Muss ich jetzt öffnen, oder? Was muss ich denn jetzt machen? Schlüssel. Mist. Abgeschlossen. Oh bitte, jetzt muss ich... Ich kann den Schlüssel finden. Nee. Was muss ich? Warte, warte, warte. Wo soll ich denn den Schlüssel hergehen? Der Weg zum ersten Kunstwerk... Äh... Hm? Jake, deiner... Nee, ich brauch den anderen. Na komm. Was muss ich denn jetzt machen? Öfter. Ich hab den Schlüssel nicht. Und wo geh ich denn her? Keine Kinder hatten. Muss ich jetzt... Bin ich jetzt wieder in der Matrix? Ach du Schande. Jetzt bin ich wieder in der Matrix. Ach du Schande. Kann man jetzt... Nee, da ist nix. Jetzt muss ich den... Drecks... Ah... Du schon wieder. Du dich denn... Bitte. Äh... Da suche ich jetzt drei Jahre. Wo ist denn die Dreckslösung? Ähm... 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 Warte... Leider versperrt... Ähm... 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 Entschuldige... Ne, das ist das andere. Warte... Das ist äh... Das zweite Kunstwerk in der Lösung hier, oder? Warte, entschuldige... Das zweite Kunstwerk. Genau, das ist jetzt der hier. Ähm... Marschiert den Gang entlang. Ähm... 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 Fängt an zu greischen und beginnt euch zu jagen. Ähm... Ähm... Nehmt den schwächenden Weg und schwortet. Ähm... Ähm... Irgendwo... Auf einem weiß verhüllten Tisch ist das hier. Da ist er, oder? Speichert der jetzt, weil... mich näher an das Kunstwerk bringen. So, jetzt wird's haupten. Mist. Ich sollte vorbeischleichen. Ja, ja. Speichert, das ist gut. Kann man dann das nicht umhauen, das Vieh? Wo ist denn das? Jetzt muss ich wieder zurück, oder? Bitte. Kann man das nicht umhauen? Da ist er. Uh! Und wenn ich das umhau... Ne, geht nicht. Äh... Jetzt hab ich Munition vergeudet. Warte, jetzt lass ich mich mal töten. Töte mich mal. Da hab ich Munition vergeudet. Oder komm jetzt, oder geh ich einfach zurück. Ist ja auch wurscht, oder? Ist das jetzt wurscht. Ah, komm. Ja, ja. Ja, nee. Komm. Ja, witzig. Das ist viel sauer, schnell. Entschuldige, ich sag mal weniger. Hm. Aha. Gerade, gerade noch. Gut, also gar, entschuldige, ich hab jetzt mal nichts gesagt. Gerade noch geschafft, okay. Und jetzt müssen wir da rein. Und was müssen wir jetzt hier für den Käse machen? Ähm, warte, Kaffee trinken müssen wir eh. Was ist das hier? Komm, kann nichts Kaffee. Kaffee trinken, bitte. Oh, nee. Oh, nee. Was ist das jetzt für eine Krise? Jetzt muss ich... Oh, nee. Jetzt muss ich... Kaffee trinken, ich mag nicht mehr. Aufgespannte Träte preis gibt. Diesmal sollte ich dir besser links um so ein Grundzeug in der Mitte schleichen, um es anschließend von hinten mit einem Messer zu zerschneiden. Äh. Und links herum. Also, dadurch jetzt, oder? Okay, Hoffmann. Hoffentlich hatten Sie recht mit dem Zerstören. Komme ich da durch? Nee. Da. Da. Huch. Nee, da geht's nicht drin. Dann, es muss wohl da rein gehen. Oder? Bin ich blöd. Daut euch. Nütz. Los geht's. Ja, so, oder? Komm, willst du jetzt? Ich habe immer noch keinen Kaffee. Bang, and now. Mhm. Kaffee. Das ist, denke ich mal. Jetzt fehlt nur noch eins. Genau, ach so. Kommt da nieder schon, Scheiß. Äh, das war in dem... Wo waren das? In dem Diner, oder? Nee, auch in dem... Ja, gut. Haben wir sonst da nix irgendwie. Ja, die anderen Sachen habe ich schon geholt. Also, da wären noch andere... Andere Sachen, Schmeichert. Andere Sachen gewesen. Also, im ganzen Gebiet, Erinnerungsfragmente und lauter so Käse. Das habe ich alles schon. Wir haben jetzt quasi nur noch die... Wir fehlen jetzt nur noch die zwei Bilder. Also, jetzt geht hier der Wind. Ich habe das Fenster offen und meine grünen Vorhänge flattern plötzlich im Wind. Balkontür, ich habe so eine Balkontür. Äh, das, da waren wir. So, jetzt müssen wir da in den... Äh, Diner. Gut, da ist nix mehr. Also, diese weißen... Figuren für die Leichen, die stehen manchmal da oben am Ding. Also, du kannst dir auch das Video anschauen. Aber da muss man aufpassen, wenn man die haben will. Ähm, aber ich habe ein Video, wo die Fundorte... Also, den Link zu einem... In meiner Lösung auf LaraWeb. LaraWeb.de Auf einer Homepage ist ein... Da hinten waren wir schon, gell. Ist ein... Da geht es doch gar nicht rein. Ist ein Link zu... Da geht es hin. Entschuldigung, ich schau bloß... Ne, da ist zu. Da ist aber noch ein Bonsai, oder? Warte. Ich spiele ja völlig ehrlich. Ne, das ist kein Bonsai. Gummibarm. Völlig ehrlich. Das ist noch völlig licht. Und... Ähm... Zwar auch leicht, aber völlig ehrlich. Einer und kommt wieder einer und beschwert sich. Dann heißt... Also, das war immer völlig ehrlich, gell. Also, das ist auch leicht, aber ehrlich. Ohne Trainer. Da hinten um die Ecke, da war oben eine Statue. So, jetzt in da müssen wir rein, oder? Warte. Da rein, irgendwo da. Hä? Wo geht es denn da rein? Da... Entschuldigung, da vorne, da ist der Diner. Und hier, da... Devils, genau. Tap Room. Was ist denn ein Tap... Entschuldige, jetzt mal eine kurze Pause. Jetzt juckt mich ein Auge. Kurze Pause. So, jetzt geht's. Aber es ist ein Taco, äh, Chili, äh, Peperoni Lokal. Hier irgendwo ist das Drecks... Da, ah, da ist die Jukebox. Wo ist denn jetzt das Drecksbild? Da hinten. Das ist nichts mehr. Hinten. Da waren wir schon. Da ist der nette Kollege. Ich will immer die Kasse plündern. Da... In welchem Spielwahl ist es? Fallout? Nee, irgendwo. Kannst du immer die Kasse plündern. Da jetzt rein. Da waren wir auch schon. Warte. Das ist... Hier ist das Bild. Komm, die sah derselbe Kack wieder herkommen. Aha. Uff. Also, da ist derselbe Mist jetzt, oder wie? Das Spiel funktioniert nicht mehr. Jetzt mag ich es nicht mehr. Ja, super Sache. Okay, danke fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.